Moin Moin ihr Süßen, ich hoffe es geht euch gut. Ich starte heute durch zur RTL Medienparty. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach nicht wisst, welches Kleid ihr anziehen sollt. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in Berlin wieder. Tschüss! Okay ihr Süßen, ich habe so viel Zeit eingeplant heute. Ich habe wirklich die Zeit meines Lebens heute eingeplant, damit ich ja nicht zu spät bin. Aber man kann nie genug Zeit haben, weil jetzt denke ich mir schon wieder, du hättest mal mehr Zeit einplanen sollen. Naja, ich steige jetzt gleich in mein Taxi und dann geht's los zum RTL Event. Ich bin gespannt, wie es wird. Hi, ist das das Taxi? Wissen Sie das? Ne? Okay. Meine Mission ist es heute einfach nicht zu spät zu sein. Mission Impossible, almost complete. Almost nicht zu spät zu sein. Ich hoffe es geht euch gut ihr Süßen. Ich bin müde, aber ich bin auch guter Ding. Ich bin auch richtig gut drauf. Meine Haare saßen heute nicht. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann gehe ich mal auf Nummer sicher und trage einfach glatt. So, ich glaube, das könnte mein Taxi sein. Der Zu-Früh-Plan hat geklappt, aber ich bin zu zu früh. Meine lieben Herrschaften sind noch nicht da. Ich warte noch, aber bin schon mal angekommen. So, klar. Das Wetter ist Bombe. Mir scheint die Sonne auf die Stirn. Ich muss jetzt noch auf Patrick warten. Aber der wird mit Sicherheit gleich geschehen. Ihr müsst mir unbedingt was verraten. Sind die glatten Haare so in Ordnung? Schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Musik Leute, ich werde mich jetzt gleich hier reinlegen. Also erst mal in den hier und dann in den reinlegen. Und dann in die Kaffeebohnen. Erzähl mal, was passiert ist. Sie hat sich gerade so ein Macaron in den Mund gesteckt und dann kam ein Paparattchen und war so, bam, klick, 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 klick. Morgen auf der Startseite, gierige YouTuber. Was steckt sich, Jen? Musik 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 Wir haben heute Frühstück. Während sich alle beherrscht haben, bauen wir jetzt rein, darling. Sie hat alles nie so weit geguckt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint in Berlin, Baby. Guckt mal. Ich bin gut drauf, ich bin guter Dinge. Das Event war gestern wundervoll. Ich habe es echt genossen. Ich zeige euch ganz schnell meine Goodie Bag. Und das hier ist die Bad It's Man Goodie Bag Running. Wir haben einmal ein Buch von Charlotte Link. Wir haben... This one right here. This one right here. This one right here, Baby. Bad It's Man ist halt viel zu lesen. Man muss halt viel lesen. Dann hier diese DVD. Ich glaube, ich verlos die. Wer will die haben? CD. Hey. Hey, ihr Süßen. Wie ihr mich kennt, habe ich natürlich den Abschluss des Vlogs nicht gedreht. Ja, typisch. Ich habe den Tag über noch mich mit Freunden in Berlin getroffen und einige Pläne geschmiedet. Ich bin echt super froh, dass dieses Event so schön war und ich so viel Spaß hatte mit all den lieben Menschen, die ich kennenlernen durfte und den lieben Menschen, mit denen ich auf der Veranstaltung war. Wenn euch der Vlog gefällt, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Somit unterstützt ihr natürlich auch mich, wenn ihr einen Daumen oben da lasst. Und schaut auch in meine sozialen Netzwerke auf Instagram. Wisst ihr ja, wie ich heiße. Und Snapchat. Da ist natürlich auch immer direkt alles live und unmittelbar mit aufgeführt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr seid schön, wie ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.